Bald ist Ostern, ich freue mich schon so. Ich freue mich auch. So ein Quatsch, Osterhasen, gibt es doch gar nicht. Na klar gibt es den, Heinrichs. Und, hast du ihn schon mal gesehen? Nein. Siehst du? Ja, aber es gibt den, das weiß ich. Na, wenn du meinst. So ein Doofmann. Das diesjährige Ostereier anmalen kann beginnen. Juhu, ich mache jetzt ein grünes Ei. Dafür das Ei in die grüne Farbe und zack. Okay, ich mache ein blaues. Und jetzt rausholen. Leg es hier auf das Papier. Es ist so schön geworden, deins auch, Anna. Und dann machen wir noch ein großes. Und noch ein orangefarbenes. Und ein hellblaues. Äh, so viele Farben haben wir nicht, Greta. Nur die, die hier stehen. Schade. Na ja, egal. Hey, Bello. Hier gibt es nichts für dich zu essen. Das sind nur Ostereier. Ja, ich gehe doch gleich mit dir, Gassi. Sobald ich hier fertig bin. Papa, gibt es den Osterhasen wirklich? Und kommt der morgen wirklich? Natürlich, Greta. Wieso fragst du? Ach, nur so. Aber wie kommt der denn zu uns? Hm, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich weiß, dass er kommen wird. Ich bin gespannt. Hoppel, du bist der Letzte. Die anderen sind schon alle weg. Du musst dich ein wenig beeilen. Oh je. Ja, ich beeile mich. Denk dran, die Kinder sollen dich nicht sehen. Deshalb musst du jetzt los. Ja, ist gut. Na, hoffentlich geht das gut mit Hoppel. Oh, Fahrrad fahren ist wirklich nicht so einfach. Oh nein, so ein Pech aber auch. Jetzt habe ich einen Platten. Was mache ich denn jetzt? Ich bin aber auch ein Pechvogel. Die Kinder warten doch auf mich. Oh Mann, oh Mann. Es gibt's doch nicht. Es geht alles schief. Es ist zum Mäuse melken. So ein Mist, so ein Mist. Mann, 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 Mann. Hilfe. Hilfe. So hilft mir doch. Hilfe. Hm, der hätte doch schon längst da sein müssen. Anna und Greta kommen bald runter. Er war doch sonst nicht so spät dran. Und? War der Osterhase schon da? Nein, bis jetzt nicht. Das ist aber komisch. Ja, ich weiß. Der hätte schon längst da sein müssen. Ich gehe mal raus und schaue mal. Mach das. Hm, nix. Das ist ja wirklich seltsam. Auch nix. Hier ist auch nichts. Irgendwie komisch. So hilft mir doch hier. Nanu, da ruft doch jemand um Hilfe. Osterhase. Oh, endlich kommt mir jemand zur Hilfe. Dankeschön. Was ist denn passiert? Ich bin über einen Stock gefahren und gestürzt und mein Reifen ist platt. Ich kann nicht mehr weiterfahren. Die Kinder, die warten doch auf ihre Ostereier. Ich helfe dir natürlich. Oh, das ist aber nett. Moment, ich hole schnell Pflegzeug. Bin gleich wieder da. Ha, ich hab's. Hier ist es. Ich hab hier alles. Lass mich mal kurz ran. Hoffentlich geht das schnell. So, fertig. Oh toll, dankeschön. Gern geschehen. Ich lass dich dann mal weiter deine Arbeit machen. Alles klar. Mama, war der Osterhase schon da? Ähm, ich glaub noch nicht. Hä, er war doch sonst immer früh morgens schon da. Hm, vielleicht ist ihm heute was dazwischen gekommen und der kommt später. Aber er kommt doch, Mama, oder? Natürlich, Greta. Papa, wo warst du? Draußen, Greta. Hast du den Osterhase gesehen? Kann schon sein. Echt? Wow, cool. Wo ist er denn gerade? Er müsste bald bei uns im Garten sein. Oh, Papa, wir wollen ihn doch sehen. Nein, Greta, der Osterhase ist sehr scheu. Wir lassen ihn lieber in Ruhe. Papa, bitte, ich muss ihn um was bitten. Bitte, Papa. Um was denn? Heinrich hat erzählt, dass es ihn gar nicht gibt. Und ich wollte ihm beweisen, dass es ihn doch gibt. Na gut. Der ist er, glaube ich. Ja, ich sehe seine Ohren. Ich bin so aufgeregt. Osterhase, Osterhase. Hä, schnell weg hier. Bleib bitte gut stehen. Du musst uns helfen. Ja, bitte, Osterhase. Na gut, normalerweise sollen mich die Kinder nicht sehen. Ich kriege mächtig Ärger, wenn das jemand erfährt. Wir sagen es keinem. Okay, was soll ich für euch tun? Bei mir im Kindergarten gibt es einen Jungen, der nicht an dich glaubt. Na sowas. Kannst du ihm beweisen, dass es dich gibt? Der glaubt nicht an Osterhasen. Sowas aber auch. Das mache ich. Wie heißt er denn? Heinrich Sommermeier. Okay, ich muss dann los. Tschüss. Einige Minuten später. Hä, wer bist du denn? Ich bin der Osterhase. Hast du mich etwa nicht erkannt? Ja klar, das ist doch nur eine Maske. Oh, das tut mir weh. Lass mich los. Hör auf damit. Du bist ja wirklich echt. Na, das sage ich doch. Oh. Jetzt bist du sprachlos, was? Erst eine große Klappe und dann nichts mehr. Hihi.